Wie entwickelst du Charisma? Charismatische Menschen machen eine Menge Dinge richtig im Umgang mit anderen Menschen. Es wäre falsch zu sagen, ich habe kein Charisma. Denn vieles von dem, was charismatische Menschen tun, kannst du lernen. Lass uns heute über die wichtigsten Punkte davon sprechen. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach, Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Hier sind zwölf Wege, wie du von anderen als charismatisch wahrgenommen wirst. Ich werde nie vergessen, wie ich vor Jahren Bill Clinton kennengelernt habe. Ich saß an einem Tisch mit einigen Unternehmern und deren Gattinnen. Und das war die Zeit von der Monika-Lewinski-Affäre. Die war in aller Munde. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Clinton hatte seine Frau betrogen und hat gelogen und hörte nicht auf zu lügen. Und die Meinung am Tisch war einhellig. Clinton ist ein Schwein. Die Unternehmergattinnen sagten einhellig. Ich werde ihn komplett ignorieren. Eine sagte sogar, ich werde ihn noch nicht mal ignorieren. Ist für mich Luft. Sollte ich ein Foto mit ihm machen können, dann würde ich das vielleicht tun. Aber ich werde auch dabei so stark wie möglich auf Distanz bleiben. Und die Ehegatten stimmten brav zu. Genau, so müssen wir das machen. Nein, war sich jeder einig. Bill Clinton war niemand, den man ansatzweise schätzt. Und dann kam Bill in den Raum. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn jemand reinkommt und alle Gespräche verstummen. Und aus irgendeinem Grund fing der Raum heller an zu strahlen. Zumindest schien es so. Vielleicht sagst du, Bodo, das spinnst du total. Wie kannst du so übertreiben? Du musst es erleben, wenn du einen wirklich charismatischen Menschen triffst. Das ist tatsächlich so, als wenn jemand das Licht aufdreht. Dann kam Bill an unseren Tisch und hat der Reihe nach einen nach dem anderen begrüßt. Und er hatte für die Damen ein nettes Kompliment. Er nahm sich bei jedem Händeschütteln Zeit. Was soll ich dir sagen? Jeder war absolut in seinen Bann gezogen. Der hatte so viel Charme, so viel Charisma, dass du dich dem nicht entziehen konntest. Ganz gleich, was du von ihm gehalten hast. Anschließend hatte ich die Möglichkeit, mich dann etwas länger mit ihm zu unterhalten. Und er hat mir versichert, Charisma ist Training. Er hatte früh angefangen und er hat das kontinuierlich trainiert. Er wollte in jedem Gespräch, das war sein Ziel, in jedem Gespräch einen bestimmten Eindruck hinterlassen. Jedem Gespräch. Wenn du lernen willst, wie du andere Menschen überzeugen kannst, wie du einvernehmlich zu einer Vereinbarung kommen kannst, dann ist einiges von dem, was wir jetzt besprechen, für dich sehr wichtig. Schauen wir uns einige der wichtigsten Regeln für Charisma an. Regel 1. Menschen machen gerne Geschäfte mit Menschen, die sie mögen. Benimm dich also so, dass man dich mag. Sei höflich, sei geduldig. Hör zu. Lächle. Sei interessiert an dem, was andere sagen. Und versuch nicht so sehr, selber interessant zu sein, sondern sei interessiert. Zweitens, halte dein Wort. Halte verdammt nochmal dein Wort. Tue mindestens das, was du versprochen hast, besser noch mehr. Und wenn du eine Deadline hast, erledige die Dinge grundsätzlich etwas früher. Man mag Menschen, die früher fertig werden. Drittens, zeige anderen, dass du ihnen gut willst. Bring ein kleines Geschenk mit. Kann auch nur ein kleiner Spruch sein, muss nichts kosten. Extra etwas, was du für diese Person herausgesucht hast. Gib ihnen vielleicht einen Ratschlag oder einen Kontakt. Viertens, Menschen wollen Geschäfte machen mit Menschen, die in ihrem Gebiet Experten sind. Also ist es wichtig, dass du dich wirklich als Experte positionierst. Und deine Positionierung auch immer weiterentwickelst. Denn dann lernst du konstant und wächst du konstant. Schaffe dann auch Content, den du postest. Schreibe ein Buch. Und wenn du Präsident der Vereinigten Staaten bist oder auch nur Kanzler von Deutschland, dann musst du das vielleicht nicht. Aber es wird sicherlich einem normalen Unternehmer, einem normalen Experten sehr helfen. Fünftens, bleibe ehrlich in deiner Werbung. Vielleicht übertreibst du manchmal etwas, aber in einem Punkt musst du bei der Wahrheit bleiben. Sage niemandem, niemals, Achtung, niemals, sage jemandem, dass du ihn magst, wenn das nicht der Fall ist. Menschen spüren das. Und wenn du jemanden intensiv beobachtest, ist es sehr viel leichter, ihn zu mögen. Also in einem Gespräch dann auch ganz präsent zu sein, anwesend zu sein, nur bei dieser Person zu sein. Daddel nicht noch gleichzeitig an deinem Handy rum, während du mit jemandem Mittag isst. Denn wenn du das machst, dann kannst du dem anderen auch gleich auf die Füße spucken. Sechstens, bleibe fit. Es ist einfach so, dass wir mehr von attraktiven Personen angezogen werden. Da geht es jetzt nicht um Schönheit, sondern es geht darum, dass du ein bestimmtes Körpergefühl hast, dass du trainiert bist, dass du dich achtsam kleidest und auch eine bestimmte Körperhygiene hast. Charismatische Menschen haben in ihrem Kleidungsstil immer bestimmte Routinen entwickelt. Ich habe mich mit Menschen beschäftigt, die in den Augen vieler Menschen Superstars sind. Sie sind Superstars, weil sie eine hohe Sichtbarkeit haben. Diese Menschen haben zum Beispiel alle eine bestimmte Art, sich zu kleiden. Unterschätze das nicht. Übrigens, wenn du mehr Tipps haben möchtest, es kommen ja jetzt noch eine Reihe, aber wenn du mehr darüber wissen willst, wie du charismatisch sein kannst, wie du sichtbar sein kannst, dann haben wir unten in der Beschreibung oder in der Bio einen Link, wie du einige Videos dazu sehen kannst. Siebtens, sei du selbst. Also versuch nicht irgendwie eine Show zu machen, dich zu verstellen. Am glaubhaftesten bist du, wenn du gar nicht zu viel von dir selbst erzählst. Denn wenn du das tust, ist der andere eher skeptisch. Stimmt das, was du da alles erzählst? Bleibe einfach bei dem, was dich interessiert, also bei dem anderen. Frage ihn über sein Leben, über sein Geschäft, über seine Firma, über seine Hobbys und interessiere dich aufrichtig. Das ist der leichteste Weg, dass du bei dir selbst bleibst. Das klingt jetzt komisch, aber du interessierst dich also für den anderen und weil du das tust, wirkst du am ehesten glaubwürdig, erscheinst charismatisch. Achtens, Menschen mögen Menschen, die zuhören, aber nicht irgendwie zuhören, sondern aktiv zuhören. Du kennst das vielleicht, wir haben zwei Ohren, aber nur einen Mund. Wir sollten also doppelt so viel zuhören, und wie wir selber sprechen. Ich empfinde es als brutale, brutale Form der Freiheitsberaubung, wenn sich mir jemand nähert und ununterbrochen von sich erzählt. Das ist kein Gespräch, das ist eine verdammte Strafe. Und wenn dann noch irgendwo am Ende jemand die Alibi-Frage stellt, ach ja, und wie geht es dir nach dem Motto, wir haben lange nicht über mich geredet, lass uns doch endlich mal über dich reden, was hältst du von mir? Neuntens, Menschen mögen Menschen, die so sind wie sie selbst. Deswegen ist es wichtig, dass du dich nicht auf die Ungleichheiten konzentrierst, sondern auf die Gleichheiten. Finde heraus, wo ihr ein gleiches Interesse habt. Sind das Kinder, sind das Aktien, ist es Sport? Rede über diese Dinge, aber vor allem bringe den anderen dazu, dass er erzählt. Du kannst zum Beispiel fragen, was war das Verrückteste, was du erlebt hast in dieser, 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 dieser Disziplin. Zehntens, Menschen mögen Menschen, die demütig sind. Sei kein Protzer, sei kein Angeber. Das vermeidest du sowieso automatisch, indem du dich für den anderen interessierst. Elftens, nutze den Wartezimmer-Trick. Menschen sind beeindruckt von Menschen, die sehr beschäftigt sind. ist einfach so, in der Geschäftswelt. Beschäftigt sein, setzt automatisch voraus, dass wir denken, der hat großen Erfolg. Wenn wir in ein Restaurant kommen, die Tür aufmachen, reingucken, da sitzt keiner, fühlen wir uns automatisch nicht wohl. Außer wir kennen das Restaurant gut. Es könnte ja einen Grund geben, dass da keiner ist, denken wir uns. Das ist auch der Grund, warum viele Ärzte ihre Termine so legen, dass das Wartezimmer recht voll ist. Das schafft das Gefühl, dieser Arzt ist sehr beliebt. Und außerdem hat er wenig Zeit. Also sollte ich mich, wenn ich da mal endlich an der Reihe bin, sofort kurz fassen. Ich persönlich mag es nicht, wenn ich beim Arzt bin, muss da länger warten. Aber wenn ich der Einzige in der Praxis bin, dann mag ich das auch nicht. Zwölftens, sei hilfsbereit. Wenn jemand ein Problem hat, biete deine Hilfe an. Das kann eine Empfehlung sein, das kann ein Buch sein, das kann ein kurzes Gespräch sein. Jetzt sind wir zwölf Punkte durchgegangen und ich glaube, dass du wahrscheinlich mehr oder weniger alle schon kanntest. Aber es geht nicht darum, dass du sie kennst. Es geht darum, sie zu leben. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass Charisma keine angeborene Eigenschaft ist, sondern das Ergebnis von hartem Training, von ganz bestimmten Aktivitäten. Von denen haben wir heute zwölf besprochen. Mein Vorschlag ist, such dir doch jetzt drei heraus und die übst du von jetzt ab. Schau nochmal in der Beschreibung, da findest du die zwölf aufgelistet und dann such dir die drei raus und die übst du. Schau nochmal in der Beschreibung. Vielen Dank.